Ich bin Astrologin. Mich faszinieren die Planeten und Sterne am Himmel. Ich kann stundenlang in den Himmel schauen, bei Sonnenuntergang oder den Mond beobachten. Ich finde es einfach wundervoll, sich auf diese Art mit dem Kosmos verbunden zu fühlen. In meiner astrologischen Praxis erstelle ich natürlich vor allen Dingen Horoskope für andere Menschen und berate sie. Doch es gibt noch eine andere Faszination für mich in meinem Leben und zwar ist das die von Glas. Schon als Kind konnte ich stundenlang auf die Glasfenster schauen in einer Kirche, wo das Licht von draußen hereinfiel oder mit meinen Glasmurmeln, Klicker wie wir sie hier nennen, im Licht und in der Sonne spielen. So entstand meine Begeisterung für Glasperlen. Glasperlen zu drehen im Atelier war zunächst ein Hobby und ich dachte mir nicht viel dabei. Bis ich auf die Idee kam, aus einfachen Glasperlen Planetenperlen zu machen. Herauszufinden, welche Farben und Muster den jeweiligen Planetenenergien am besten entsprechen, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Auch galt es auszuknobeln, welche Gläser für welche Perle Verwendung finden. So entstanden einzigartige Rezepturen für jede Perle. Wir sehen uns auch wieder. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns auf den Räumen von another. Wir sehen uns auf der Räumen von einem Berghof. Die Perlen können auf unterschiedlichste Art und Weise getragen werden, zum Beispiel als Schlüsselanhänger oder an einer Tasche befestigt mit einem Karabiner, vielfach werden sie auf einen Halsreifen gezogen oder auch an Bändern von unterschiedlicher Länge befestigt, so dass es immer zum jeweiligen Kleidungsstück passt. Ich selbst berate gern bei der Auswahl der richtigen Planetenperle und stimme mich dafür auch ganz auf das persönliche Horoskop ein, um Ihnen zu sagen, welche Planetenkräfte Sie jetzt besonders stärken und fördern können. Setzen Sie sich gerne mit mir in Verbindung, falls Sie Interesse daran haben. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020